Hallo und herzlich willkommen bei unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt wollen wir uns mal anschauen, können Kohle- und Landkraftwerke, also die großen klassischen konventionellen Heizkraftwerke, überhaupt durch Windräder und Co. ersetzt werden. Ich möchte das Ganze gar nicht so physikalisch betrachten, sondern eher als übergreifende wirtschaftliche Frage. Geht das? Und wie weit sind wir vielleicht sogar schon? Ist das vielleicht sogar ein unaufhaltsamer Weg, der bereits eingeschlagen ist? Schauen wir mal rein. Wir betrachten jetzt genauer, wie funktioniert Stromerzeugung in Deutschland? Wie ist die organisiert? Was läuft da vordergründig? Was ist der Strommix, den wir bereits haben? Und vor allem, was ist so ein Weg, wie man das Ganze auch richtig, richtig klug organisieren kann über sogenannte virtuelle Kraftwerke? Stromerzeugung als solche, die verändert sich erstmal elementar. Wir haben klassischerweise mit den fossilen konventionellen Kraftwerken Großanlagen, die sehr, sehr gleichbleibend enorme Mengen Strom zur Verfügung stellen. Diese Kraftwerke liefern so viel, wie man eben an Brennstoff reinsteckt. Deswegen ist das im Großen und Ganzen sehr gut steuerbar gewesen, aber auch gleichzeitig unfassbar unflexibel. Weil die ja alle über eine Brennkammer und einen Dampfkreislauf funktionieren, ist das Ganze ja auch träge. Ich kann nicht von jetzt auf sofort diese Brennkammer abstellen. Dass Feuerwasser drin brennt, das geht halt irgendwann mal aus, aber nicht von jetzt auf sofort. Und es ist auch nicht von jetzt auf sofort angestellt. Das heißt, diese großen Kraftwerke sind denkbar unflexibel, haben aber schlussendlich, wenn es darum geht, dass die gleichbleibend produzieren sollten, immer genau das geliefert, was man als Brennstoff reingepackt hat. So, Relafstrom, der kommt halt an die Sonnenscheine, das ist meistens nur tagsüber der Fall. Windstrom, der kommt eben, wenn der Wind weht, das ist auch gerne mal nachts, aber eben regional äußerst unterschiedlich. Und auch gerade da nochmal unterschiedlich, je nachdem, wie hoch wir sind. Also ein Windrad mit 300 Meter Höhe nimmt ganz andere Mengen Wind auf als ein Windrad in 150 Meter Höhe, das ist ganz klar. Diese Art, wie wir Strom jetzt in das gesamte Netz einspeisen, ändert sich also schon fundamental, weil diese klassischen Kraftwerke, wie gesagt, das geliefert haben, was man als Brennstoff geplant reingepackt hat, während PV-Anlagen, Solarstrom als auch Windstrom, nun mal schwanken in ihrer Produktion. Und zwar dementsprechend, was die Umwelt, was die Natur uns eben zur Verfügung stellt. Das heißt im Großen und Ganzen, wir müssen da noch ein bisschen was dran machen und dran arbeiten, aber wir schauen uns erstmal an, wie dieser Mix sich genau ausgestaltet. Dafür gehen wir mal auf eine Beispielwoche, Ende Juni 2020. In dieser Grafik sehen wir jetzt erstmal hier unten für die gesamte Deutschland, für die gesamtdeutsche Stromerzeugung, die verschiedenen Aspekte, blau ist Wasser, immer sehr, sehr gleichbleibend, weil wir vor allem Flusskraftwerke, also Laufwasserkraftwerke an den großen Flüssen in Deutschland haben. Darüber haben wir den Biomasseranteil, der ist relativ gleichbleibend in dieser Woche gewesen, einfach, weil man die Anlagen relativ gleichmäßig gefahren hat, man hat darüber den Kernkraftanteil in Rot, wo man schon sehen kann, der ist nur ein etwas so groß wie der Biomassanteil. Die Kernkraft ist in Deutschland schon deutlich weniger geworden. Wir haben Kohle in Braun und in Steinkohle unterschieden und das Orangschild, das man hier schon angedeutet sieht, das ist Gas. Und wir sehen schon, das ist alles relativ gleichbleibend, weil man eben genau diese großen Kraftwerke auch relativ gleichbleibend eben fahren lässt. Jetzt gehen wir doch mal auf die erneuerbaren Eifstralen, also auf die hauptsächlich entscheidenden Erneuerbaren. Wind, das sind natürlich Pastellgrüne und Sonne sind diese gelben Ruckel. Das ist natürlich ganz klar, Sonne scheint eben tagsüber, mittags, nachts nicht und wind ist eben auch an manchen Tagen mal so stark vorhanden und an anderen Tagen eher gering vorhanden. Und jetzt kann man hier schon sehr, sehr gut sehen, dass diese Kapazitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich vorhanden sind. Während die klassischen Kraftwerke sehr, sehr gleichbleibend produzieren, ist es gerade, wenn man sich fundamental anschaut, extrem schwankend. Gleichzeitig ist aber auch der Stromverbrauch in Deutschland extrem schwankend. Wir haben natürlich nachts deutlich weniger Verbrauch als tagsüber. Nachts schlafen die meisten Leute und noch viele Industrieprozesse und gewerbliche Prozesse laufen nachts ja eigentlich nicht. Deswegen ist es schon okay, dass wir tagsüber die Sonnenergie haben und nachts eben nicht. Das ist nicht ganz, ganz tragisch. Wir müssen aber, wenn wir langfristig ein sauberes, versorgungssicheres System haben wollen, diese Kapazitäten von Atomstrom und Kohlestrom und Gas definitiv ersetzen, durch noch deutlich höhere Kapazitäten aus erneuerbarer Energie. Das heißt, der Zubau von Windenergie muss also noch deutlich mehr werden und der Zubau von Solarenergie muss noch deutlich mehr werden, damit wir das tagsüber und wenn der Wind da ist, einspeichern können, um es dann nachts oder wenn der Wind weg ist, auch verbrauchen zu können. Damit schaffen wir es einerseits, diese Kapazitäten hier komplett zu ersetzen und gleichzeitig noch überdies einzuspeichern, was wir dann brauchen, wenn die Quellen etwas versiegen. Das heißt aber auch, diese Problematik von vorhin, dass eben die erneuerbaren Anlagen hier schwankend produzieren, dass eben genau diese Problematik mit Speichern gelöst werden kann. Wir schaffen es eben durch das Einspeichern in Akkumulatoren, in die Umwand-Säungen, zum Beispiel Power-to-Gas-Prozesse und so weiter, damit eben diese Kapazität, die Energiekapazität doch noch für die Zeit aufzuspeichern, wenn wir sie eben wirklich brauchen. Die Stromerzeugung als solche hat sich über die Jahre schon deutlich verändert. Wir haben insgesamt einen Mix, der relativ deutlich schon in Richtung von erneuerbaren Energien geht. Auch hier, die ähnlichen Farben gefunden, die Kernenergie ist der Rohdebereich nur noch 12%, Kohle ist zusammen auch nur noch 20% stark gewesen, praktisch von heute, 24.8 Uhr, rückwirkend, das ist das ganze Jahr betrachtet, Gas bei 12,4%, genauso viel wie Atomstrom, das ist alles fast schon vernachlässigbar, denn die Summe aus einem Neubauernentum liegt aktuell für das gesamte Jahr 2020 bei 54% Anteil in der Stromerzeugung. Und das bedeutet natürlich, dass wir heute schon tatsächlich mehr als die Hälfte des deutschen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien, aus Quellen, die erneuerbar sind, einspeisen können. Der größte Teil davon, die Kapazität, ist auf jeden Fall Windenergie, das Pastellprodukt, aber der Solarteil ist gerade auch im laufenden Sommer, ist natürlich auch definitiv spürbar und macht bereits einen größeren Anteil aus als die Atomenergie und auch als Gas. Und Wind alleine hat schon deutlich mehr aus als Gold. Das ist also ein sehr spürbarer Effekt, den wir mittlerweile haben, nur müssen wir es eben abspeichern, damit wir in den Zeiten, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, immer noch nutzen können. Das bedeutet, auf die Frage, ob Windräder und Photovoltaikanlagen diese großen Kraftwerke überhaupt ersetzen können? Ja, faktisch tun sie es ja auch schon. Also der Stromausstift läuft schon seit einigen Jahren und der Kohleausstift ergeht gerade so richtig und wir haben keinen Stromausfall. Also faktisch geht das ja. Faktisch können wir diese Kraftwerke ersetzen. Wir müssen nur das Gesamtsystem noch weiter ausbereiten mit einer Speicheranlage und mit noch mehr Vernetzung, mit mehr dezentralen Anlagen, die dann eben auch intelligent miteinander in Verbindung stehen und damit auch die Energieverbräuche und Energieerzeugung aufeinander abstimmen können. Ein ganz entscheidender Aspekt davon ist eben diese intelligente Vernetzung. Die schafft wir vor allem mit den sogenannten virtuellen Kraftwerken. Virtuelle Kraftwerke sind nämlich tatsächlich das, was der Name sagt. Das ist ein virtueller, also IT-technischer Zusammenschluss von hunderten, wenn nicht sogar tausenden dezentralen Anlagen, die über ganz Deutschland verteilt sind oder auch international verteilt sind und über eine Steuerzentrale miteinander verbunden werden und gesteuert werden. Das heißt, wenn gerade jetzt ein hoher Bedarf von zum Beispiel industriellen Verbrauchern kommt, dann kann diese Steuerzentrale sagen, hey, im Wittpark steht noch drei Witträder still, die können jetzt loslegen und Strom produzieren und damit ist jetzt der benötigte Strom auch im Netz vorhanden. Und dann glaubst du, okay, wir produzieren kein Kind, so viel aus dem Wittpark zum Wittpark und wir haben noch kapazierte Speicher, also sollen die Speicher vollgeladen werden, was wir später wiederum an der Börse ordentlich vermarkten können. Also genau diese Wege der intelligenten Vernetzung und des intelligenten Zusammenspiels können wir über diese virtuellen Kraftwerke und diese zentralen Steuerzentralen sehr gut vermanagt und genau das eben produzieren lassen oder nicht mehr produzieren lassen, was eine böse und insgesamt eine Stromnetz-Information sich darstellt. Und das Interessante ist, es gibt schon jede Menge, also es braucht schon größere Mütterne Kraftwerke. Das größere in Deutschland sind die nächsten Kraftwerke, die halt tatsächlich fast 9000 dezentrale Anlagen miteinander vernetzt haben. Und dann gibt es zum Beispiel Energy to Market, die ungefähr 4500 Anlagen haben und auch die ganzen großen Energiekonzerne wie EnBW, E.ON und Co. betreiben auch virtuelle Kraftwerke, in denen sie hunderte, wenn jetzt über tausende dezentrale Anlagen vernetzt, um eben diese intelligent auf das reagieren lassen zu können, was sich an Börse, am Markt und im Netz so widerspiegelt. Und genau das ist, denke ich, ein sehr guter Weg, um eben auch mit Ja beantworten zu können, dass Windräder, Photoretaikanlagen und alle weiteren Aspekte des Stromnetzes diese klassischen großen vorsehenen Kraftwerke ersetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank.